Das Ölfeld-Dienstleistungsunternehmen Halliburton wurde in den letzten Tagen Ziel mehrerer Cyberangriffe. Das Unternehmen hat einige Systeme abgeschaltet, um die Umstände der Attacken zu untersuchen. Die Täter sind bislang unbekannt. Durch den Angriff konnten Mitarbeiter nicht mehr auf ihre internen Netzwerke zugreifen. Der genaue Schaden und mögliche Datenverluste sind noch unklar. Halliburton hat die amerikanischen Strafverfolgungsbehörden eingeschaltet, um Ausmaß und Ursache der Angriffe sowie mögliche Täter zu ermitteln. Laut US-Energieministerium hat der Vorfall keine Auswirkungen auf die Energiedienstleistungen. Der Gründer des Messenger-Dienstes Telegram Pavel Durov wurde in Frankreich festgenommen. Er wird verdächtigt sich durch fehlendes Eingreifen bei Telegram und unzureichende Kooperation mit den Ordnungskräften des Drogenhandels, Betrugs und Vergehen im Zusammenhang mit Kindesmissbrauch mitschuldig gemacht zu haben. Die russische Botschaft in Frankreich hat sich des Falls angenommen. Pavel Durov hatte Telegram mit seinem Bruder Nikolai gegründet und hat ein schwieriges Verhältnis zu den russischen Behörden. Zwei Astronauten, die ursprünglich nur eine Woche an Bord der Raumstation ISS verbringen sollten, müssen nun mehr als acht Monate ausharren. Aufgrund von Problemen mit Boeings Starliner Raumschiff werden Astronautin Sunny Williams und ihr Kollege Barry Wilmore erst im Februar 25 zur Erde zurückkehren. Voraussichtlich mit einem anderen Raumschiff, dem Crew Dragon von Hersteller SpaceX. Der Starliner fliegt unterdessen unbemannt zur Erde zurück. Mitarbeiter von Google DeepMind verlangen den Ausstieg aus KI-Militärverträgen. Rund 200 Mitarbeiter haben einen Brief unterzeichnet, in dem sie Google auffordern, seine Verträge mit Militärorganisationen aufzulösen. Sie machen sich für ein neues Kontrollgremium stark, das die Einhaltung dieses Ansatzes gewährleisten soll. Google hält sich laut eigener Aussage an seine KI-Prinzipien. Die weltgrößte Computerspielmesse Gamescom hat in diesem Jahr mit insgesamt 335.000 Besuchern wieder an Zugkraft gewonnen. Obwohl große Spieleunternehmen fehlten, füllten Partys, E-Sports und Events die Lücken. Die Veranstalter sind zuversichtlich, dass die Gamescom auch in Zukunft in Köln stattfinden werde. Insgesamt stellten 1.462 Aussteller aus 64 Ländern ihre neuesten Produkte rund ums Gaming vor. E-Sports und Events